Hallo und herzlich Willkommen zu Minecraft! Nö, nix frohes fest. Es war ja schon vorbei. Und ich bin ja nicht wieder allein mit mir als Skala unterwegs. Juhu! Juhu! Ich wollte dich grad wieder zu mir porten. Bist blöd. Ich frag mich wie du immer ins Portmenü kommst. Da muss man ja schon irgendwie ins Hostmenü gehen und dann... Ja, das geht ganz einfach. Zwei Mal Attachment drücken. Wieso gehst du da immer hin? Weiß nicht, um das Menü zu öffnen, weißt du? Ist Zeit dafür ausgelegt. Ah, ja. War mit diesen wunderschönen Sonnenaufgang. Sind hier Steine? Schön, nicht wahr? Ja. Wollte ich in der letzten Folge zurück zu dir kommen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaub wir wollten uns wieder treffen. Weil ich bin ja mitten im Sumpf. Wollte eigentlich Leben sammeln, aber dann war es auch wieder vorbei. Weil wenn man da ist, kam ich nicht dazu. Aha. Aber insofern ist es auch nicht besonders groß, den wir gefunden haben. Und ich wollte mich einbuddeln. Wolltest du dich einbuddeln? Ja, ich wollte noch Leben suchen. Ja, ich weiß wieder, warum ich zurück wollte. Ich hab nämlich keine Fackeln mehr. Oder kaum noch Fackeln. Ja, meine Tinger sind auch kaputt fast. Es ist sogar noch ein Boot. Ja, das hab ich ja gebaut. Ja, genau. Du hast es schon gebitzt. Ein größer Dieb ist er. Das ist er. Ein Dieb spielt niemals mit Granate. Der ist echt ein Dieb. Der beklaut euch. Hab ich nie was. Noch eine Höhle. Ja, aber du hast ja das andere Boot elegant, wie ich grad, gegen den Block gesetzt. Das war auch schön. Das musste ja sein. Man kann kein erstes Boot bauen, ohne das erste Boot gleich mal kaputt zu bauen. Ja, stimmt. Das geht nicht. Das muss so sein. Hallo, Creeper. Ich muss nicht zurücklaufen. Nö. Ganz viele Kühe. Wo gehst du denn jetzt? Ach so, na dann. Wir müssen nicht aufgefallen, dass wir wieder das Texturpaket geändert haben. Was? Haben wir? Ja, haben wir. Ja, ist unser Texturpaket. Ja, du Texturpaket. Oh. Oh. Hä? Da. So. Wo ging's denn nochmal nach Hause? Na, Granate. Wie gehst du? Ich hab sogar ne Karte. Wie geht's mir? Wie geht's mir nicht? Wie geht's dir nicht? Nein, ich hab gefragt, wie geht's dir nicht? Wie es dir nicht geht? Ja, wie geht's eigentlich? Gut. Ja, dir geht's gut. Eigentlich schon. Ja, gut. Gut. Das sollte so Schweizer. Ja, ich hab halt nicht viel. Ein komisches Lied, das geht nur drei Minuten oder so weiter. Und ich hab vergessen die Benachrichtung auszumachen. Und? Das sind halt irgendwelche Pissenhecken im Video zu sehen. Nee, immer wieder Liedtitel. Achso. Achso. War eigentlich auch nicht so schlecht. Ich bin draußen! Ja? Schöne Welt hier. Also das Texturenfeld gefällt mir viel besser als das Wintertexturenpaket. Hehehehe. Aber bestätzt das dir nicht nur beschwert? Äh, nein. Nee, nur cooles Video. Voll cool und so weiter. Aber wie gesagt, in der ersten Staffel, da ist das nicht so gut angekommen. Nein. Was ja auch der Sinn davon war. Nein, okay. Also, erfolgreich. Irgendwie. Golderz. Eisenerz. Ähm. Wieso ist Stein in der Ding? Wozu brauchen wir Stein? Ja. Frage. Ist das Stein zu verbrennen nicht irgendwie? Quatsch. Du hast dein Bild geändert. Ja, genau. Dein Bild wurde geändert. Ja. Ja, genau. Das ist Kunst. Ja. Weg. Nein. Es gibt immer was richtiges. Wo ist der schon wieder hin? Ach da. Eisenerz. Ich hab keine Ahnung, was das sein soll. Es sieht irgendwie aus wie eine Schlange, die in der Wassergrube ist und von irgendjemandem... Immer ein bisschen weiter weg. Vielleicht erkennst du es dann. Nee, ich hab keine Ahnung, was das sein soll. Da kommen ja immer nur dieselben Bilder. Ähm. Mhm. Shit. Shit. Ich bin immer noch nicht dafür mit einverstanden, dass du die Wände von dem... vom Schlafzimmer eingerissen hast. Das find ich immer noch blöd. Du hast die Wand eingerissen? Nein, du hast die Wand eingerissen hier. Das fände ich immer noch blöd. Oh, dann mache ich das jetzt irgendwie dazu. Dann mache ich einfach hier ein Loch rein. Und dann hat sich's... Ich meine, wir wollten sowieso den Zugang zum Keller ändern. Ja. Ja, aber erstmal wollte ich Leben machen. Leben finden, damit ich das Dach fertig kriege. Ein Dach fertig kriege? Mhm. Ein wenig Redstone, ein wenig Schießpulver, ein wenig Kohle. Noch mehr Kohle. So, Rohstoffe. Werkzeuge, Rohstoffe. Hm. Hm. Das war ja doof. Oh, Eisenerz. Eisenerz? So. Unter dem Haus. Oh, cool. Ja, ich hab grad den... Ich baue grad... Ich wollte grad ne Kiste in den Keller bauen noch. Oh, cool. Hm. Und dann habe ich einfach die Wand weggeschlagen und dann ist da Eisenerz. Cool. Kohle, Kohle, Kohle. Ich bin der Kohle, Mann. Ich bin der Kohle, Mann. Ich bring euch... Oh. Oh, ich muss niesen. Verdammt, meine Sachen. Meine Spitzsacke ist weg. Jetzt muss ich mir den Weg mit einer Schaufel hochschaufeln. Durch den Stein. Ja, viel Spaß. Es hat gedauert, aber es hat funktioniert. Und ich hab noch mehr Kohle entdeckt. Ich wollt mehr... Sch... ins Küchen machen. Ich frag mich grad, warum ich dann mein Eisen weggetan hab. Aber nicht mehr. Weil du doof bist. Ich bin der Kohle, Mann. Bring euch die Kohle ran. Ich bin der Kohle, Mann. Ich bring euch die Kohle ran. Kohle ist schwarzes Gold. Ja, da... werde ich ganz... ...hold. Und? Ich bin der Kohle, Mann. Ich bring euch die Kohle ran. Ah, okay. Das ist ja der neue Hit, ne? Der ist bestimmt von Beyoncé. Nein, der ist von mir. Ja? Natürlich. Von wem sonst. Beyoncé würde sowas nie hinkriegen. Oder Rihanna. Zie-gel. Rihanna? Rihanna. Nein, auch die kriegt das nicht hin. Ne? Pflasterstein, Pflasterstein, Pflasterstein. Ich brauche Ziegel. Weil du das alles mit Ziegel gemacht hast. Was ist das? Ziegelstein. Ziegel, 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 Ziegel. Stein, Pflasterstein, Pflasterstein, Pflasterstein. Steinziegel habe ich das gemacht. Was ist denn eigentlich normaler Stein? Stein ist Stein und den kannst du dann zu Steinziegel machen. Das ist ja für mich kein Sinn. Ja, du kannst aus normalen Steinen Steinziegel machen. Ja? 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 Das heißt, ich muss aus... Wie kriege ich normalen Stein? Aus Wasserstein. Das heißt, man baut normalen Stein ab, um daraus Steine zu machen, um dann daraus Ziegel zu machen. Steinziegel. Das ist doch das Schwachsinn nicht. Das ist doch Quatsch. Das ist doch absoluter Blödsinn. Wenn wir noch mal zugemacht haben, dieses Spiel. Das ist doch ein absoluter Müll. Da lohnt sich doch das Ziegelbau nicht. Das ist doch absolute Zeitverschwendung. Quatsch. Doch, ist es. So. Pflasterstein. Hm? Hm? Hey, wo ist das Gold hin? Da habe ich runtergetan. Oh. Warum ist hier ein Eichensetzling drin? So. Warum ist eigentlich eine Holzstufe hier drin? Das hatte ich alles nichts zu suchen. So. Dann noch ein paar Holzdinger. Und dann... ...die da. Eine Holzstufe. Holz- oder Steinstufe, die in den Keller führt. Was meinst du? Nein. Eisen. Nein. Eisen gibt es nicht. Pflastersteintreppe. Ist auch eine Siegelsteintreppe? Eine Steinstufe, ne? War ja auch drin. Steinziegelstufe. Ja. Hä? Wo sind... ... Was will die... Gut, dann brauche ich einen Ort, wo... ...däm... ...wo die Treppe rauskommen soll. Da ist nicht drin. Nichts. Dann packe ich die mal weg, die Truhe. Einzige Treppe gibt hier. Okay. Dann packe ich die raus. So. So. Du kriegst das schon mal. Ich krieg das immer hin. ... ... ... ... ... ... ... Hm? Sü? So. Jetzt kann ich die Treppe auf mir kauen. Auch nicht mehr. So, ich hoffe, ich mach jetzt was. Ich weiß nicht absoluter Müll, äh absoluten Müll. Aber wahrscheinlich schon. Ich werde einfach mal ein paar Fackeln ausladen. Wird schon schief gehen. Da kniffl ich das von. Ja, das passt so. Ja. Jetzt da noch ne Stufe. Ah ne, das ist fast zu nicht. Dann ein Zür. Ja. Okay. Viel Treppe vielleicht. Hm. Hm? Was denn? Komm jetzt wieder raus? Du kommst nicht raus, du bist hier auf ewig gefallen. Okay. So war der Plan. Du bist reingelaufen. Hahaha. Ja. Verlust. Doch Steintreppen. Ich hab doch Steintreppen. Ufen. Ja hab ich doch. Also nein, richtige Treppen. Hab ich doch. das sind doch stufen nein treppen wir sind noch streppen stufen blick mich doch machst du selber machst du selber komischer keller meister das ist fies zeugs hier überall zuckerrohr er ist angepasst stein fiegel stein wenn das fliege noch ganz viele ja weizen weizen pflanzen das schaft da kommst du mal her ich finde das irgendwie peinlich dass die wölfe immer noch in die hegel gehen können ja das ist echt doof das ist echt doof das ist peinlich peinlich ja peinlich dass sie es immer noch nicht hingekriegt haben wölfe davon abzuhalten in die hege zu gehen oh god ein creeper drauf 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 und hin super so es ist mir ehrlich gesagt zu viel zuckerrohr genau ein bisschen weniger recht wieso hast du denn so viel angepflanzt und wie viele haben müssen die direkt neben dem wasser sein oder geht das auch ein paar auf nein direkt neben dem wasser ich verspott davon geht nicht davon schade das war das war das war Wow, das war eine unglaubliche Folge, nicht wahr? Unglaublich, wir haben zu viel gelassen. Ja, kriegst ein Geschenk von mir. Ja, cool. Ja, bis er sich da ausgespuckt hat. Wir müssen uns in der nächsten Folge von Minecraft wiederholen. Haut rein. Ciao. Ich komm ja gar nicht mehr hoch.